Ich bin Karamba Djabi, ich bin Bundestagsabgeordneter seit 2013 und mein Wahlkreis ist hier Halle an der Saale. Ich habe in Halle studiert, promoviert und in der Zeit habe ich natürlich sehr viele Kontakte mit Menschen gehabt, wo ich die Transformation auch wirklich richtig mitbekommen habe und dann meine familiäre und private Umfeld kenne ich viele, die auch durch die Transformation gegangen sind mit sogenannten gebrochenen Biografien. Was mir ganz, ganz wichtig ist, dass Halle als wirklich ein international ausstrahlender Ort noch sich weiter bestätigt und dass wir mit dem Zukunftszentrum dazu beitragen können, dass in Mitteleuropa neue Arbeitsplätze entstehen, dass viele Menschen die kulturellen Werte dieser Region noch mehr wahrnehmen durch die Transformation, durch die Begegnung mit Menschen aus Europa und woanders. Halle ist der logisch beste Standort für das Zukunftszentrum, denn Halle hat eine Universität mit 500-jähriger Tradition. Halle liegt in Mitteleuropa und hat eine hervorragende Verkehrsanbindung. Wir freuen uns auf euch. Herr Rundfunkneum